ich bin dann gemacht so leute und dann sind wir auch zurück zu danken country 3 mit dem flash mit centus ich wieder ein spiel getappt habe kann ich wieder zu verhindern ich weiß richtig wieder mal ein bisschen probleme die spinne sieht echt genau aus wie aus hier mit dem aus keine ahnung wie das spiel genau ist in super nintendo früher ich weiß ich kenne mickey maus das ist aber schon das ist aber schon älter das mit dem aus dem super nennen und da wollte ich bin nämlich auch mit bei auch kommen aber ich glaube da hatte die ich bin auch katakalos gesicht das kann sein auch mal schwieriger los fiktig fiktig war ja das war doch zu sehen dass du dagegen doch und zwar ich immer der nette junge der immer da vorbeihuschen durfte haben auf jeden fall nicht ach ja das habe ich ja immer noch nicht geschafft gehabt stimmt ja das ist immer noch nicht geschafft gehabt das macht sich banal gehabt habe ich ja hattest du das findest du jetzt schön machst du so viele leben hier ne nein mache ich nicht bis nachher beim boss mit 50 und hier die leben noch andauer wieder ja komm da hast du wieder die ich habe ihn kakawä genannt ja und kakarot nö kakarot ist das nicht nicht nein ha 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 ja gut ja nö 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 warum wirst du nicht einfach den anderen donkey kong hoch ja war doch schon drauf geht noch nicht mal kannst du wechseln ja gar nicht habe ich aber keine lust da habe ich dir habe ich dir zu einem kleinen trick verholfen und darüber habe ich eh wieder nicht geschafft da und das hättest du nein da ist das die kleine leute bei diesem fettsack auf sich hat namens flash nein obwohl dann wäre ich ganz sehr schick guck mich mal an wie schick ich bin noch ich werde du bist ja dem tipps sagen er hat die mitte er hat die mitte ja ich weiß sind lustig an zu sehen ist lustig an zu sehen oder egal nein sind nach grammatischer reinfolge auch wenn das behinderte gehirn sind jetzt hast du das wort zu drin wegen wird ja danke selbst wirst du das video niemals sehen aber wegen die habe ich jetzt gehirn fick rechtschreibung wieso dementsprechend so extra ja klar gehirn fickt grammatik ist am besten scheiße auf rechtschreibung wir haben gehirn fickt grammatik das mache ich gleich warum willst du das fass eigentlich mitnehmen es bringt dir eh nichts nein doch den tod ich weiß das lustig gewesen wäre wenn da unten noch mal gewesen wäre ja aber zum glück sterben die komplett die fücher leider aber nur leider ein kleines bisschen leider schafft er es schafft er es oh mein gott oh mein gott oh mein gott kann das sein dass das ein bisschen knapp war eben ne das hat das ist knapp das ist knapp ja ganz ganz langsam wandtasten nicht hastig werden hast du den spruch in der luft geschafft was ich sonst nie geschafft habe das war auch nur glückssache rollen und springen oh jetzt kommt das stampf ja da musst du schnell sein ne ich schaffe ihn nicht mehr egal ich bin gut ich bin gut ne jetzt wird es interessant was denn rüber zu kommen ja oh ich sehe das ziel da kommt was auf der koppel der koppel hatte ne nein mit ihm warum das ist das einzige level was ich jetzt nicht mit dir gemacht habe also musst du es nochmal neu machen nö keine lust ich habe jetzt auch keine Lust tauschen 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 sterben 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 von 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 capMIN von von ich hab gesagt du sollst sterben ein pflaster das lauchboot mit dir denn ich habe den rekord nicht gebrochen ja das wollte ich sagen und zu dir auf jeden fall also ich kann sehr empfehlen das spiel super ist es einer meiner lieblingsspiele anführungsstreichen nicht ja liebe weiß dass du ein cheater bist wenn ich das komische fass gesucht mit unten und da aber nicht ins wasser ja du musst ganz nah reingehen oder über dem fest jetzt hast du wasser voll weil wenn ins wasser springt hast du wasser voll ach so kannst du mir auch gleich sagen du wichser ich weiß ich finde das so geil du wolltest ja was ich nicht habe ich glaube ja bin mir aber nicht sicher wenn wir durch die city cruisen wir sind die coolen so jetzt ist die frage möchtest du jetzt wasser oder industrie level haben nein aber du möchtest dann aber du machst dann das andere okay naja aber jetzt wirklich zeit also nein ich wollte es das irgendwie nehmen und wenn nicht ja das wäre ein bisschen blöd das muss ein bisschen interessant werden hey was geht ab ich nehme den spiegel leerjahr oder bei der 15 50 münzen klar habe ich auf jeden fall ja 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 ich weiß nicht ob wir alles machen wollen ich glaube eher weniger alles sammeln ich glaube das brauchen wir nicht wir machen noch genau 100% dann brauchen wir auch nicht alles sammeln oh mein gott war das delicious ja ich glaube der weiß dass ich einen anderen kontrolle ab ach so wie wird auch bei oma speichern hier weil es gibt also sinnvoll wie in einer kontrolle ich bin gewechselt ich habe doch immer noch den ps 3 was geht ab ich möchte wieder gegen das dauert jetzt erstmal ach ja du hast einen knall was geht ab digger mit deinem geilen schnurrbart ord die 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 hier plopop spectrum und zwischendurch so wenn man das speichert in das speicher hülle rein gehen wenn es sprechen wird speichern hülle so in der mage Maus fangen wir sehen mal auf dem Fluss gab es hier oben nicht nur was was war denn hier nochmal ach ja genau er wollte es bringen einen Po das Blümchen haben so Blümchen behindert ach komm ne wir machen es das hier ich mag das andere mehr da weiß ich ja was der braucht Stinky Level aber jetzt ist ich bei diesem Level vermisse den Original Wasser Sound naja sowieso nicht aber naja sowieso nicht mag das einfach nicht du bist so ruhig da bist du ruhig weil ich gerade am schreien bin ach so deswegen unterhalte es du dich nicht mit mir doch so nebenbei oh mein Gott oh was ein Gesichtsausdruck behindert du bist so ein Spasti 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 bei dem Spiel ich weiß es nicht aber ich habe keine Ahnung mal wie weit das weiß ich nicht ich könnte ja auch meinen Bruder fragen ob er das Spiel mal reinstecken kann um zu gucken wie weit das Spiel ist so ja gut da müsste aber alles aufbauen oder nicht das ist normal aber entweder sagt meine Schwester war noch zwischendurch damit jetzt zur Zeit oder das ist halt bei ihnen unterm Bett und ist eigentlich schnell rausgeholt das wäre lieb wenn ich jetzt mal mit Mittelding bekommen würde so ganz knülle ich weiß dass was drin ist oh mein Gott warum stimmt dann nicht schneller keine Ahnung weil du dumm bist ich bin ja bin ich vergesse mal die Taste zu drücken ja du bist auch behindert Zeige und Spasti oh mein Gott Daniel, darf man mit dir kommen oder so? ich hab jetzt mo Bock Achja das war ja mit genau mit pixi mit dem pic hallo das ist aber echt das ist der los hier heute was sie ich weiß es nicht sollte nicht meine welt dies ist nicht meine welt du bist so dumm du bist so dumm du bist so dumm ja